Zeit des Wandels, die weibliche Kraft kehrt zurück. Ich bin Alicia Kuzumitra und heute habe ich zu Gast Friederike Pfeiffer-De Bruin. Also in meinen Augen ist gerade, sind wir herausgefordert als Mütter, die schon geboren haben und vor allem als Mütter, die ihre Kinder auf selbstbestimmte Art gekriegt haben, dass wir dieses Wissen weitergeben an jüngere Frauen. Und das ist für mich auch schon einer der Knackpunkte, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Geschichtenerzählen unterbunden wird oder unterbrochen wird. In der das Weitergeben von Wissen, von traditionellem Wissen, von Hausmitteln, aber auch einfach von erlebten Geschichten nicht mehr zur Kultur gehört. Und das ist für mich ein erster Schritt oder einer von, das ist wie ein Puzzle mit vielen verschiedenen Teilen, aber ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns wiedereinander zuwenden als Mütter, als Tanten, als Schwestern, als Frauen in der Menschheitsfamilie und miteinander sprechen und einander aufklären, auch darüber, was wir können.